Bei einem wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Metal Gear Solid, Suns of Liberty. Auf zur letzten Bombe. Geht das denn hier hinten lang? Ja, geht es, aber... Lass es bei denen ausschalten. Wenn der hat... Na, na hallo? Klärmer. Das hätte ich nicht schon genug. Äh, wie komme ich denn jetzt dahin, wo ich jetzt hin muss? War ich nicht eigentlich schon dort, auf diesem Weg, dahin? Ich glaube schon. So, schläft er immer noch? Ich hoffe einfach mal. Ja, der schläft noch. Alles klar. Auf zur letzten Bombe. Wo war die denn gleich? Uuuhhhhhhhh. Dankeschön. Na, mal schauen. Wo die jetzt gleich war. Oben, unten. Ich denke, um oben. D. Alles klar. Ach, ja, stimmt. War ja was. Da habe ich auch ewig gesucht, bis ich das mal gefunden habe. Ich habe das absolut nicht verstanden, wo die sein sollte. Das Ding ist, da meldet immer. Das ist das Problem. Deswegen muss ich ihn ein bisschen schnell machen. Ich muss aber noch unten ins Stockwerk. Und das ziemlich fix und schnell. So. Die war hier irgendwo, genau. Ich habe jetzt keine Zeit für deinen Anruf. Und das genervt jedes Mal von euch. Ich habe das letzte C4-Frozen. Es gibt nichts auf dem Sensor. Ich habe noch einen Bedeutung. Ich habe noch einen Bedeutung. Ich habe noch einen Bedeutung. Wie ist dein Bedeutung, Peter? Es ist ein Bedeutung, all right. Sieht C4-Frozen und in großartig. Ich glaube, es ist eine andere Bedeutung in Shell I. Das ist ein Bedeutung. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be five struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The Big Shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I getcha. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Ryden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio end. I'll stand by until you radio end. Jetzt heißt zurück. Weit, weit zurück. Sehr weit zurück. Das meine ich damit. Schnell weg hier. Ah, fuck. Ich hoffe... Ja, ich hab noch alles klar. Das brauch ich hier gerade mal. So. So. Weg mit dir. Äh, wo war der Kühlraum jetzt nochmal? Ich hab keine Ahnung wo da war. Oh. War ja hier. Oh. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of strut A. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Plissken doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live. Which means... This is Plissken. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Plissken! Damn! That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's counting down. What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Righten, the one in shell one should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Righten, move! Get to the bottom of strut A now! Ich schrei mich nicht an, alter! Was soll denn das? denn das? Aber ja. Wenn wir schon mal hier sind ... Die Zeit hab ich noch! Äh... Snake, was machst du denn? So, zu A B und Boah, der wird zu groß Flinke Füße Ach, das ist ja hier alles klar Ja gut, das geht schnell Relativ Schnell Hab ich dich nicht erst runtergeschossen Meine Fresse Keine Zeit dafür, für euren Spielzeugkram So, Transformerraum Oh, jetzt bin ich ja wieder hier So Gut, aber das geht fix Rein muss ich eh nicht Ah, jetzt muss ich auch noch da schnell hin Wenn ich erstmal den scheiß Bombenscheiß weg habe So, man kann nämlich das auch Überspringen Ganz einfach Ist ja wie auch möglich Komm Du bist noch müde, hab ich gehört Hätte ich zwar nicht machen müssen, aber Naja Was soll's Komm, ich hab keine Zeit dafür Ab nach unten Und die Zeit bleibt stehen Raiden Blisken Listen carefully What is it? I fell for it Fell for what? Fat man has my number A proximity trigger Microwave Microwave? With a seven foot range It's not a technique I taught him Neither was that Multi-Bomb Booby Trap Looks like he's far Surpassed me As far as Explosives technique goes As for the rest Pete Pete, get the hell out of there There's less than 30 seconds left It's too late No Blisken, get away from strut age as fast as you can Pete, right Keep your distance Use the spray from as far away as possible Me? You can do it I know that I'm not so sure But I am Do it I know you can Die Frage ist natürlich jetzt Wo ist der? Oder die Bombe? Ich hab absolut keine Ahnung Wo die ist Wo war die? Alles klar Jetzt weiß ich Wo ist er war? Colonel, I've neutralized the bomb Good work, Raiden It was a great loss for everyone Yes, it was Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed And the central section of Shell 2 is flooding The explosions ignited the oil slick on the surface What about the toxins? The chemicals stayed in containment There's no immediate danger Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected The price was high But the threat of the bomb is over for now What's the next objective? Rescue the president Get back to the upper level Roger that Ja, jetzt heißt es wieder zurück Backtracking ist dir groß geschrieben Meine Freunde Leider würde ich sagen Wir sind schon wieder am Ende, glaube ich Will ich jetzt richtig rechnen? Müssten wir theoretisch Ja, wir müssten Bei 15 Minuten sein Und daher Boah, fuck Raiden The terrorists have retaliated for our bomb neutralization What? A hostage has been killed Shot in the head They shot one of them on the roof Just to make sure we caught it One of our satellites caught it clear as day Damn They announced they would kill one every hour from now on What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective Rescue the president What about the other hostages? President Johnson is your first priority Priority my butt They're all in danger Ja, be reasonable I know what you're feeling But you can't save them all No, not by myself Are you expecting that Plissken to come through? Well Looks like he's turned his radio off too I can't complete this mission by myself That man was not included in the simulation He is not a factor in this mission What do you mean by that, Colonel? Your mission must remain a solo effort What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that All we can do is wait In the meantime You're our only hope I understand Raiden Go and rescue the president You can start off by getting to the upper level of strut A So richtig is weicher, ey Ohne Witz Hohoho Ich glaube, ich hätte das nicht tun sollen I can't tell you how happy I am that you were alive after all I can't tell you how happy I am that you were alive after all I knew this moment would come Show yourself and finish me Like you finished off my father Otherwise, you'll be the one to die Oh crap That's not him This could be interesting You've seen the fires of hell, haven't you? Maybe you can give me death My name is Fortune Lucky in war and nothing else And without a death to call my own Hurry, kill me, please Fuck Aus dem nächsten Part Oh stimmt, das habe ich ja jetzt ganz vergessen, dass die kommt Ach Gott Hm, naja Machen wir es im nächsten Part Also, wenn es euch gefallen hat Daumen hoch und kommentieren Und Spaß dabei haben Wir sehen uns dann also Bis dahin Ich habe es im nächstenuss Vielen Dank.